Nachdenkseiten Die kritische Website Gender Didass für Fortgeschrittene oder die Gebärmütterin Ein Artikel von Susanne Buhr Deutsch ist eine schwere Sprache, aber auch wunderschön. Wie kaum ein anderes Land können wir mit unseren Hauptwörtern zusammengelegt interessante neue Worte erfinden, wo andere Sprachen oft nur ein Eigenwort haben oder eine Umschreibung benötigen. Denken wir zum Beispiel an Feuerversicherung oder den berühmten Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Unsere Sprache ist auch präzise. Doch von dieser Präzision schweifen wir mit dem teils lachhaften Gender Didass-Gedöns oft ab. In Deutschland sind etwa zwei Drittel der Gesellschaft gegen das Gender Didass. Doch das interessiert die ideologischen Sprach- um Erziehungsfanatiker überhaupt nicht. Als die Tagesschau am 1. und 2. April in drei ihrer Texte das Wort Mutter durch entbindende Person ersetzte, kam es zu einem solchen Shitstorm, dass das umgehend wieder berichtigt wurde. Als ehemalige Feministin war ich in den 70er Jahren bei Demos mit Alice Schwarzer und anderen auf der Straße. Es ging ja um die Gleichstellung, die endlich mit der Reform des Familiengesetzes 1976 umgesetzt wurde. Aber was da heute zum Teil getrieben wird, hat mich zur Antifeministin werden lassen. Jetzt wurde dies abgewandelt in Wobei sich eine Gruppe von nicht-binären Personen bereits über die Nutzung des Doppelpunktes beschwert hat, da dieses Zeichen binär sei. Als das Unglück im Ahrtal stattfand, kam es leider auch zu Plünderungen. Ich las damals folgende Anzeige der Polizei. Es kam zu Plünderungen. Die Polizei sucht nach Zeug-Doppelpunkt-Innen. Nach einem Doppelpunkt kommt nach althergebrachter deutscher Sprache eine Aussage. Also stand die Frage im Raum, wörtlich genommen, sucht die Polizei irgendwo innen nach Zeug? Gut, mit etwas Fantasie war klar, was es bedeutet, aber stellen wir uns jetzt doch, ich gendere jetzt nicht, einen Ausländer vor, der mit viel Mühe versucht, unsere Sprache zu lernen. Doch zurück zur entbindenden Person. Die Bild-Zeitung berichtete zuerst über die Gendersprache im Tagesschau-Artikel. Auf Anfrage des Blattes sagte eine Sendersprecherin, der Begriff entbindende Person sei gewählt worden, um niemanden zu diskriminieren. Da liegt die Tagesschau aber sehr daneben, denn ich so als Mutter fühle mich hier diskriminiert. Man möge mir doch den ersten Vater zeigen, der sein Kind selbst entbunden hat. Außerdem ist Mutter eine Bezeichnung, die lebenslang gilt, nicht nur während einer Entbindung. Ich bin eben eine Gebärmütterin, um auch mal was zum Gendarmei zu tragen. Um das generische Maskulinum zu überwinden, treiben die Vorschläge oft seltsame Blüten. Wie die feministische Journalistin und Politikwissenschaftlerin Antje Schrupp in einem Beitrag schreibt, sollen folgende Ideen auf die Linguistin Luise F. Pusch zurückgehen. Die weibliche Form Singular behält weiterhin den Anhang in. Bürgerin. Die männliche Form Singular erhält den Anhang ich. Bürgerich. Sind beide Geschlechter gemeint, so wird das Neutrum verwendet. Das Bürger. Ja, mit dem Artikel. Für die Pluralbildung ergibt sich dann daraus Feminin Bürgerinnen, Neutrum, also beide Bürger und bei rein maskulinen Veranstaltungen Bürgeriche. Bei der nächsten Tour de France werden wir dann endlich Radfahrer-Riche sehen, beim Männerfußball dann eben Fußballer-Riche. Eurer Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt, liebe Leser. Zur Belustigung trug vor ein paar Jahren eine mir auch persönlich bekannte Frau bei. die sich in 34 saarländischen Gemeinden einschließlich Saarbrücken als OB gleichzeitig als Bürger-Sternchen-Innenmeister-Sternchen-Innenkandidat-Sternchen-In bewarb. Sie veröffentlichte das so täglich bei Facebook und anderen Plattformen. Ich versuchte ihr beizubringen, dass sehr viel über sie gelacht wurde. Ich kam nicht zu ihr durch. Olaf Scholz, bekennender Feminist, muss es wissen. Zitat Die Kinderkrankenschwesterin ist ein ganz, ganz wichtiger Beruf. Zitat Ende. Und wahrscheinlich die noch weiblichere Form der Kinderkrankenschwester. Die Gendersprache weicht auch gerne von der Natur ab. Unter der Überschrift Information Vereinbarung zur Vergütung MRT der Prostata werden Patienten wie folgt informiert. Zitat Bin mal gespannt, wann die erste Samenspenderin gesucht wird. Es tut mir auch weh, wenn zur Umgehung von Diskriminierungen das Partizip Präsens benutzt wird, wie zum Beispiel Studierende. Mit dem Wort Studenten waren immer diejenigen gemeint, die bei einer Hochschule oder Fachhochschule eingeschrieben waren und dort studierten. Studierende ist eine Tätigkeit, die gerade jetzt stattfindet. Wer einen Fahrplan studiert, ist auch ein Studierender. Schon allein die Diskussionen um das Wort Mitglied sind nicht zu ertragen. Nicht selten lese ich bereits in hyperfeministischen Artikeln Mitgliederinnen. Es heißt, das Mitglied Neutrum sollen jetzt auch die neutralen Bezeichnungen noch gegendert werden. Vor Jahren bereits wurde vorgeschlagen, dies in mit klitt zu ändern. Muss ich jetzt nicht genauer erklären, oder? Gendern wir halt, um jeden Preis, solange bis das Arzt, die Ärztin oder der Arztisch kommt. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über Ihre Aufmerksamkeit.